Welcome, ladies and gentlemen, herzlich willkommen on board. Margarete Kemmerer, reich und verwitwet, der Schrecken aller Kreuzfahrtschiffe. Und das? Das müssen die Burins aus der Schweiz sein. Er ist Chirurg und Universitätsprofessor in Ruhrstadt. Sag bloß nicht Tante zu mir. Aye, aye, ma'am. Du weißt schon, dass du meine Asche ins Meer kippen sollst? Am besten geht's ganz hinten am Heck, wo die Schiffsschraube diese wunderbaren Wände erzwangt. Es war nicht besonders taktvoll von mir, dich vorverländerte Tatsachen zu stellen. Du hattest sicher deine Gründe, alleine erfahren zu haben. Ja, die hatte ich. Warum versuchst du nicht, diese Reise zu genießen? Auf eine glückliche Fahrt. Pardon. Brauchen Sie die Meinkarte noch? Der Mann hinter mir. Die Stimme kenne ich. Meine Großtante hat mich beauftragt, nach der Herkunft ihres Mannes zu fragen. Burian, wir sind ursprünglich Tschechen. Du kennst ihn tatsächlich. Und das scheint ja keiner so angenehme Erinnerung zu sein. Was ist denn mit ihm? Auch nichts. Nur, dass er ein Verbrecher ist. Die tschechischen Gardisten vergewaltigten alle Frauen im Mittelwerk. Ich wünsche allen aus seiner Siebschaft das Schlimmste. Ihr habt doch keine Ahnung, ihr Hohlstandskinder. Ihr habt keine Willkür erlebt, keine Gewalt, kein Leid. Jemand an Bord behauptet, dich von früher zu kennen. Für mich ist sie die Frau des Mörders meines Bruders. Was gibt es da noch zu vermitteln?